Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 So, wo werden die Gäib gebraucht? Die Fracht hat den Chatением erreicht. Die Fracht hat den Chatante erreicht. Began Sie den 잠 Joy嗎? Auch nicht wieder. Die Fracht könnte etwas Movement vertragen. LFG. Oh, ist nicht dein Ernst. Ich krieg den Hanson nicht weg. Transzendenz von deren Senjata. War das unsere? Ja. Solider Beat? Nein. Hab ich nichts von da bekommen. Bastion links. Bastion ist weg. Ja, ich hab wieder vom Gegner schon. Na, Reinhardt hat mich auch weggehauen. Hm, zu. Die spielen in 2-3-er-Things, ey. Nicht so schlecht. Wegen 6 Randoms, ey. Bitte komm, das ist ein 2-3-er-Things, ey. Bob, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, dann sag Bescheid, ne? Also... Irgendwo ist die Bastion wieder, ich seh's ja noch nicht. Ja, von mir vorne. Genau, vor deiner Nase. Ja, echt jetzt. Oh, Farah hinter uns. Farah hinter uns. Alter, ich bin groß. Konnte ich nicht länger. Ich hab voll gehalten. Macht nix, mein Fehler. Verstanden sie, glaub ich, alle. Gar nix für. War ich zu dämlich, wenn ich mein Schild... Na ja, der Hanse oben auf dem... den haben wir. Sonst hätt's geklappt. Bei euch. Ne, einer wär jetzt cool. Gut. Haben wir nicht eine? Ach ne, wir hatten eine, ne? Ich glaub, letzte Runde, ja. Ne? Echt? Diese Runde, schau mal. Farah. Farah oben. Oben links drauf, auf dem... Bastion ist weg. Alter, das gibt's noch gar nicht, ey. Lass den Wischen da noch machen. Von allen Seiten. Von allen Seiten. Ähm, Zenyatta ist oben links. Oben auf dem Shuttle ist noch irgendwas. Wir werden von allen Seiten hier zusammen geschossen. Ja. Das macht so... Ja, Doppel Diva plus Reinhard ist auch ein bisschen... Naja. Wenn ich den Switch doch auch, dann machen wir beide die Damage-Dealer und Ape, ähm, switcht auf den Lucio für die, für die permanente Heilung. Kann ich schon machen. Wie war sie die? Ich hätt jetzt zwar ein Rest. Ja, dann warte noch. Also, vielleicht brauchen wir den. Aber Lucio und Mercy bauen so schnell Ulti auch. Alter, das gibt's noch gar nicht. Ich, oh mein. Hab den Bastion wirklich übersehen, ey. Wie kann man diese Dinge übersehen? Sehr gut. Nein, der Drache hat mich erwischt. Mist. 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 Der Dings ist fast down. Der, 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 der... Der Reinhard. Ja, ist klar. Guter Wand. Ja, ist klar. Guter Wand. Müsste, glaub ich, weg sein. Die Fracht ist hinterliegen. Wir müssen sie beschützen. Selbstverschwörung. Hanzo, Hanzo oben links noch, bevor man rauskommt. So einfach stehst du mich nicht. Nein. Passt down. Hanzo ist weg. Von mir. Geht schon besser und ein bisschen mehr scharf. Achtung, Tank-Ulti irgendwo. Ja, vorne am Punkt. Und ich hab gerade meine Ulti angemacht. Haben wir. Kenntnissen. Da ist nur noch ein Lucio und ein Hanso. Aufzuladen. Wie schnell das geht, denn nur ein bisschen mehr DPS hast, ne? Ja. Oh, das ist gemein. Ah, er hat mich erwischt. Aber ich hab sie schön gestört, hoffe ich. Haben wir gleich geschafft. Haben wir. Sehr gut. Nice. Nice. Der Switch war auf jeden Fall gut. Null Sinn gemacht, nach irgendwie drei Tanks da rumzugrabbeln. Mhm. Ja. Hundertprozentig. Ja. Der war bestimmt nicht schlecht. Hm. Da spring ich noch genau rein. Zack. Da ist er weg. Zack, zack, zack. Fast alles weg. Pasiert, ey. So. Ja. Auf jeden Fall, der liebe Abe. Ähm, wir hängen gleich noch eine Runde mit hinten dran, weil ich sag jetzt mal nur, zehn Minuten ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Ja, bei dem Matchausgang noch gerne. Ja, das auf jeden Fall. Großzügig. Das ist immer großzügig. Aber ich will jetzt endlich mal wieder ein Torbjörn spielen. Mach doch. Lass uns mal irgendwas hier mal mit Verteidigung machen. Hab noch eine Lootbox erhalten. Spare ich mir aber auch für irgendwann anders. Und ich weiß, dass einige Leute das sehr gerne sehen, wenn man Lootboxen aufmacht. Winkertwinker. Aha. Warte. Das war jetzt an eine Abonnentin gerichtet. Ah, okay. Die Abe auch sehr gut kennt, oder zumindest mit ihr schon mal intensiv geschrieben hat. Ah. Ah. Okay. Fällt mir schon wieder ein. Ja, okay. So. Schon Level 57 ist doch nicht zu glauben. Ähm. Oh. Ok, finde ich gut. Also. So. Auch wieder Diva, oder nicht? Sei tu. Ich wollte gerade sagen, vorher wollten sie alle Diva spielen. Ja. Und jetzt will keiner mehr, oder was? Da hat keiner mehr Bock. Ist mir egal. Ich gehe mit meinem, meinem Torbjörn auf Gefechtsstation. Gefechtsalarm. Das sollte helfen. Oh ja. Oh. Da bekommt der Bart wieder Farbe. Verbindung aktiv. An dir kommt keiner vorbei. Geschütz fährt. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals hier bin. Der Bob, der glitschte sich hoch. Hier kommt beide da oben klar? Ich denke schon. Bob? Ja, ja. Wenn es mir zu eng wird, fliege ich davon. So. Ähm. Ich bleib erstmal, erstmal oben beim Geschütz. 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Ähm. Ein Reaper kommt. Hinten hoch wahrscheinlich. Ja. Genji kommt zu euch hoch. Ja. Genji kommt zu euch hoch. Mein Geschütz. Mein Geschütz ist gleich down. Oh. Reparier's dich. Halt dich. Was? Wie ist das denn? Wo bin ich denn jetzt reingelaufen? Wurscht. Oh, sie sind hinter uns, Mario. Ein Reaper. Ja. Hat mich weggemacht. Ein richtig gemeiner Reaper. Aber der war fast down. Ich bin schon auf 100%. Naja. Wurscht. Ich bin bereit. Oh, wenn jetzt mein Geschütz noch ein bisschen am Leben gewesen wäre ich jetzt mein Queue gemacht und das wäre wieder Play of the Game gewesen. Das hatte ich schon mal. Laufen da oben schon mal rum. Okay. Ähm. Hier oben ist Reaper und Genji. Heider finde ich jetzt ein bisschen zu viel für mich. Wir sind gleich hier. Heider ist Boost aktiviert. Ja. Heide. 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 Ich bin schon durch. Die schon durch, ja. Ich bin schon fast durch, ne? Nice. Es war jetzt grad etwas laut, ey. Nur mal Mumm. Da muss ich ungefähr mal wieder ein bisschen nach unten stellen. Warst du zu leise? Ne zu laut. Zu laut. Oh, gezerrt. Dankwand'll kommt. Weg. Alter, meine Ulti-Wing doch mal im Unsinn, Reaper hinter der Pracht, ist weg, oh, wieder runtergefallen ist, sehr gut, dankeschön. Hier noch irgendwo Schrottraum, Stracer hinter uns, weg, ach, da kommt gleich was, wo denn? Da, Treppenhaus, oder? Ja, unten, Junkrat, kommt das Treppenhaus hoch, oben auf den Transportern sind zwei Faras, oh, zwei Faras, ey, krass auf Faras, und wir haben nichts dagegen, ne? Nein, da muss man doch einfach aufgerufen. Er macht sein Zeug sehr gut, aber ich finde, Junkrat ist ein bisschen trolly, da musst du nicht viel für können, Sprays dann ein bisschen in die Richtung und dann, naja. Korrekt, korrekt, deswegen mag ich den so. Auch so schön über die Bande gespielt, ne? Bei allen Charakteren, wo man nichts können muss, bin ich immer gerne mit dabei. Ne, ich sag nicht, dass du nichts kennen musst, aber es ist so. So, komm, gib mir noch mal kurz den Molten Core hier. Ja, schon wieder ein. Hi, Bergy. Was? Ne Widowmaker haben sie auch noch? Oder ist das unsere? Ich krieg die da oben nicht. Die haben die Gegner schon. Okay. Why is actually cancer? Oh, Alter, schrumm. So, jetzt riecht ein bisschen krass. Also, Charakter mit Krebs gleichzusetzen, finde ich ein bisschen heftig. Meine Meinung. Oh, was war das? Da ist irgendwo eine Pharah. Wow, ne richtig miese. Was kann es los? 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 Ui, 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 ui. Wow. Was für eine Kompo, Alter. Ja. Was für eine Kompo. Wir haben gerade drei Ultis drauf gehauen. Kann das sein? Mein Freeze. Dann das Ballteil. Und dann noch... Oh, die Sniper hat mir aus der Luft geholt. Das gibt's nicht. Nein. Immer kurz die Widow. So. Guck machen. Also, ich probier's. Okay, mach das mal. Ich sammle mal weiter Schrott. Für euch. Bin gefangen. Noch nicht. Noch 10 Sekunden. Sie haben kaum noch Zeit. Wir beenden das hier und jetzt. Ja, das ist ja noch so, dass wir das hier jetzt hier jetzt weg. Und jetzt. Da packt sogar die Mercy ihre Erbsenpistole aus. Ja, ja. Genji, weiß ich nicht. Ja, ja. Genji, weiß ich nicht. Genji, weg. Genji, hinter uns. Lebt noch. Hab ich. Immer noch. Oh, das ist die Krise. Oh, geiler Revive. Wer auch immer das war. Und die Mercy. Dr. Mercy? Na, also. Wenn nicht jetzt. Wodan, äh, wandern. Wodan. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. I love it. Ja, ja. Das war zu Recht. Das war zu Recht, ey. Ja, nee. Ja, das war ja, ähm, hauptsächlich mein Geschütz, genau. Oh, ey, das ist echt übel, ey. Autsch. Einfach nur reingespampt, ey. Was? Und das sagt, glaub ich, alles. So. Gucken wir doch mal. So gefallen mir meine Matches. Ich geb noch eins für Bob. Ja, und mit dieser Einstellung wollen wir uns dann auch wieder von, äh, heute wieder von euch verabschieden. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht, genauso wie uns. Äh, ich hoffe doch, uns hat es Spaß gemacht. Na, aber hallo. Was ist Feedback? Ich geb mir grad selbst einen Daumen, das sieht man ja leider nicht. Oh, das ist schwierig. Okay. Bis zum nächsten Mal. Wir werden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ein Abo. Gleich kommt Numbani. Girlappi. Bis dann. Tschüss. Ta-ta. Tschüss. Tschüss.